Moin Leute und heute zeige ich euch wie ihr die Marke von FIB bekommen könnt und somit ein Special Agent werden könnt und wie ihr das originale Nose Outfit bekommen könnt und das ist wirklich mega leicht. Bevor wir mit dem Glitsch anfangen würde ich euch jetzt schon mal zu bitten den Like Button mal so richtig hälftig zu verprügeln für diesen oberkrassen Glitsch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, aber ich würde mal sagen fangen wir mal direkt an. Als erstes zeige ich euch wie ihr die Marke auf euer Outfit glitschen könnt, genauer gesagt die FIB Marke. Und zwar braucht ihr dafür eine spezielle Vorbereitungsmission beim Casinoraum und zwar die Vorbereitungsmission Hackergerät. Diese Mission startet ihr jetzt einmal. Ganz wichtig, ihr müsst jetzt mit dem Anzug draußen spawnen. Spawnt ihr nicht mit dem Anzug draußen, müsst euch leider eine andere Sitzung suchen. In meinem Fall hat das öfters in einer öffentlichen Sitzung funktioniert, aber es funktioniert auch so gut in einer Freundessitzung. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall seid ihr mit dem Anzug draußen gespawnt, fahrt jetzt zur Amunation. Seid ihr bei Amunation angekommen, geht ihr rechts zu Outfits. Und jetzt wählt ihr euch ein persönliches Outfit aus, worauf ihr die Marke haben möchtet. Aber Achtung, dieses Outfit darf keine Tasche haben. Denn später mit einer Tasche könnt ihr es nicht abspeichern. Deswegen ein Outfit ohne Tasche. Und mein Tipp ist, es darf auch kein Outfit sein, was sehr groß und fett ist. Also was, keine Ahnung, fetter Pullover oder sowas. Weil ihr dann unter ein Kleidungsstück, so gesehen, rumbackt. Deswegen nehmt am besten ein Outfit, was einfach so eine Art T-Shirt oder ein Hemd trägt, wie bei mir. Habt ihr euch das Outfit dann ausgewählt, beziehungsweise dann auch angezogen, spielt ihr die Mission einfach weiter. Sprich, ihr fahrt zum Punkt hin, tötet die ganzen FIB-Menschen, beziehungsweise Polizisten und schnappt euch die Security-Karte vom FIB. Euer Charakter müsste sich jetzt diese Kette, beziehungsweise diese Marke anziehen. Hat er sich also angezogen, fahrt ihr wieder zum Ammonation Store. Seid ihr im Ammonation Store angekommen, geht ihr wieder rechts zu Outfits und speichert es euch einfach ab. Und das war's auch schon, wirklich, das war's schon. Es ist wirklich mega einfach. Ihr könnt die Missions einfach zu Ende spielen oder die Sitzung einfach verlassen und einfach mit dem nächsten Outfit nochmal neu machen. Ihr habt es euch jetzt erfolgreich abgespeichert und jetzt seid ihr richtige Special Agent fürs FIB. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten krassen Outfit-Licht. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie ihr ein Nose-Outfit bekommen könnt und das wirklich auch mega leicht. Und zwar braucht ihr dafür ein gewisses Last-Team-Standing-Job. Diesen Job werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr das euch markieren könnt. So, jetzt ganz wichtig, Leute, ist es ein Job für zwei Personen. Und zwar wird der Hoster das sogenannte Polizei-Nose-Outfit bekommen und der, der so beigetreten ist, kriegt das richtige Nose-Outfit. Deswegen, Leute, wenn ihr das richtige Nose-Outfit haben wollt, muss euer Freund starten. In meinem Fall habe ich schon das Nose-Outfit rausgeglitscht und möchte jetzt zum Beispiel das Nose-Polizei-Outfit haben. Deswegen starte ich jetzt einfach mal den Job. Seid ihr im Job angekommen und habt auch euren Freund oder einen random Spieler eingeladen, startet ihr einfach die Mission. Seid ihr in der Mission angekommen, geht ihr ins Interaktionsmenü, geht ihr auf Stil, geht ihr auf Accessoires und bei Ausrüstung müsst ihr einfach nur einmal die linke Pfeiltaste drücken. Aber Achtung, auch nur einmal. Hat ihr das gemacht, habt ihr jetzt so einen Ohrstecker an. Jetzt könnt ihr den Job einfach über das Handy verlassen. Seid ihr wieder in der Open Lobby gespawnt, boom! Ihr habt auf einmal das Outfit und könnt wieder zum Klamottengeschäft oder zum Armonation fahren und das Outfit einfach abspeichern. Und Leute, wirklich, das war's schon. So einfach ist dieser fucking Glitch. Wenn euch diese beiden Outfit Glitches so gefallen haben, wie mir die gefallen haben, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr euch dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Wommat. Ciao!